Hallo, es gibt schon wieder einen Verkauf im Bereich des Fernstudiums. Und zwar wird die W3L AG aus Dortmund mit Wirkung zum 1. Oktober 2016 die W3L Akademie an Springer verkaufen. Springer als Teil der Verlagsgruppe Springer Nature. Und zwar wird das Ganze integriert in das Angebot von Springer Campus, wo bereits andere Fernstudiengänge laufen, in Biologie, in Chemie und auch in Elektrotechnik. Die W3L Akademie bietet zwei Online-Fernstudiengänge an, und zwar den Studiengang Web- und Medieninformatik, der mit dem Bachelor of Science abschließt, und einen weiteren Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik, ebenfalls mit dem Abschluss Bachelor of Science. Außerdem werden auch einige Weiterbildungen angeboten. Laut Aussage von W3L soll sich für die Studierenden nichts ändern, weder inhaltlich noch in organisatorischer Hinsicht. Die beiden Studiengänge werden in Kooperation mit der FH Dortmund angeboten. Und auch diese Zusammenarbeit soll weiterhin fortbestehen. Die FH Dortmund hat dem Verkauf zugestimmt.